Ich nehm jeden Fußgänger mit. Ich nehm jeden Fußgänger mit. Ich nehm jeden Fußgänger mit. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück meine Freunde hier zu GTA Online mit Marcel und Bronco wieder am Start. Hallo. Willkommen. Hello everybody. Einfach nur hello again. Oh ne, lassen wir das lieber. Einfach nur hello again. Kein Sack drin auch immer. Cool. Wieso denn das? Kann man sich nicht erschubsen? Der, was er stellt hat, hat gesagt. Aber nicht. Der, was er stellt hat, hat gesagt. Mach das lieber nicht. Wow, 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 wow. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich auch nicht. Wolland ich denn da? Lol. Lol. Alles drin hätten wir schon mal, aber es ist schon lange her. Oh fuck, links vorbei. Weil ich hab's halt mit rechts, links, schwäche. Kann es sein? Vielleicht. Vielleicht. Juhu. Nein. Das hat sich gerade nach Mario angeht. Juhu. It's a me. Mario. It's a me Mario. It's a me Mario. Ja. Hi Hi. Hi Phil. Ah. Hast du ihn geknutscht? Nein, nein. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Stimmt. Nein, 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 nein. Oh fuck. Wo geht's denn hier lang? Du, was fahr ich dir hinterher? Ja, ich konnte nicht mehr verbremsen. Das war mein Problem. Bronco, hast gerade die Schanze bei mir so schräg genommen. Ich hab's ja perfekt genommen. Nein, bei mir landest du total. Guck, ich hab's ja perfekt genommen. Ich hab's ja perfekt genommen. Ja. Ich hab's ja perfekt genommen. Wie war das? Das Klang ist irgendwie verfänglich. Ja. Oh nein, das ist schon wieder. Nein. Kriegst du Checkpoint nicht? Ja, doch, krieg ich. Na mann, das ist Cheating. Du packst durch die Leihplanke. Ne, ich bleib schon drüben, aber ich fahr jetzt so nah ran, dass ich den noch bekomm. Uuuu. Jetzt kann das schon wieder auf mir. Das sagte, nicht hier im Rennen. Nein, nicht hier. Ah. Not, not here. This way. And not in here. Wo lang? Da lang. Oh, jetzt kommt die unsichtbare Mauer. Die ich schon so oft hier hatte. Juhu. Äh, lol. Boah, Skills. Vorwärtsalto. Uuuu. Ja, Briefkasten. Voll falsch rum gelandet, verdammt. Der Blut auf meiner Motorhaube. Denkst du, der lässt sich noch verkaufen? Ja. Mit Special Lackierung vielleicht. Banke auf. Geht doch. Der ist nur geliehen. Wieso ist der nur geliehen? Milchstack verkaufen? Keine Ahnung. Über Geld. Weil normalerweise immer geliehen Autos verkauft. Ja. Ja. Oh, zu schnell. Oh, zu schnell. Alles in konzentriert? Ja, total. Egal. Aber. Verkackt. Konzentriert mich nie wieder. Oh, fast in den Baum geflogen. Aber nur, nur fast. Irgendwelche lande ich diesmal besser. Perfekt. Oh, perfekt gelandet. Wiii. Oh, oh, nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Nein, 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 nein. Das war nicht ganz, Marcel. Wo ist er durch? Und? Kann er jetzt auch nix dafür. Ja doch, der ist da. Ja. Ach, die gleiche. Ja. Die... Stelle. Nein. Ich hab die Eisdiele erwischt. Was hast du mir gebraucht? Einmal wieder zwei Kugeln Zitrone meldt. Okay. Ich hätte gern fünf Kugeln Vanilla. Mit Niveau bitte. Was? Mit Niveau? Ja. Okay. Im Becher oder in der Waffe? In der Waffe. In der Waffe. In der Waffe. Ja. Warum sind denn hier Fußgänger? Weil sie es können. Bleib liegen. Nein. Ich bin zu dumm. Ja, das ist nix neues. Ja, das weiß ich auch so. Einzige, die erste Weg zur Besserung. Nein, das war... Ich nehm jeden Fußgänger mit. Ich nehm jeden Fußgänger mit. Ach, du auch. Ja, ich bin hier. Mein LA Suriniert. Wie auch. Mein LA Suriniert. Nein, nein, ich bin dran vorbei. Dann vorbei. Mein LA Suriniert. Na, unterdruck. Oh, lol, dran vorbei. Hast du es, Jaffi? Oder hat es, Jaffi? Ist ihn? Na, ich bin an der Schatz vorbeigefahren. Aus Versehen. Ich bin irgendwie recht an einem Container hingeblieben. Aber in Los Santos gibt es auch tote Leichen. Ja, voll viel. Mal gucken, ob ich das hier endlich mal richtig hinbekomme und auf der richtigen Straßenseite lande. Ja, das funktioniert direkt. Nicht, dass es wieder heißt, ich würde cheaten. Ja, du cheatest eh. Du hättest ihn gar nicht gekriegt auf deiner Straßenseite. Hat beim letzten Mal schon funktioniert. Vorwärtssalto, jawoll. Wuuuuuuu. Nein, 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 nein. NEIN! Auf dem Dach gelandet. Ja. Mal was neues. Mein Auto ist von unten noch viel zu wenig nicht verkratzt. Das geht gar nicht. Von den anderen Spielern sieht man gar nichts. Kann das sein? Überhaupt nichts. Echt nicht. Nein, Baum! Ich hab voll im Baum geknutscht, Mann! Ja, Gott sei Dank! Huiiii! Jawoll! Mit Skill! Eben, eben noch heile! Nein, 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 nein! So, ja, perfekt! Perfekt! Mit einer halben Schraube sogar! Haltungsnoten von 6,0 mindestens! Mach Platz! Nein! Niemals! Nein, du doch nicht! Niemals! Ein Laterne! Straßencafé! Kreuzung! Verkehrsinsel! Ampel! Strommast! Obstand! Jaaaaaa! Die anderen zwei habt man gar nicht gesehen! Gar nicht anwesend! Sind überhaupt in der zweiten Runde! Da fahren sie! Lol! Okay! Die Landung! Kaputt! Hahaha! Unfassbar! Das wird wohl nix! Der Wagen irgendwie leid! Damit der halbes Weg m'sandelt! Hahaha! Tja! So ist das Leben eben! Wird die Massage! Aber dem Autos m'sandelt werden! Was ist für ein Leben? Das ist das Leben eben! Es regnet! Es regnet! in den Feuchtgebieten! Ja, ich hab 6-2 eingestellt! Sieht ein bisschen cooler aus! Stylischer! Äh! Und feuchter! Und sexy! Wahnsinn! Sexy! Man kann's leider nicht einstellen! Duuuuut! 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 Oh Mann! Sind wir das auf dem Wasser eigentlich auch? Windschatten? Oder ist das ein Wasserschatten? Wasserschatten! Haha! Obwohl das hier mehr nach Dusche aussieht! Haha! Dann mach die andere! Lass die! Spritzt sie an! Haha! Jaja! So viel weiches Zeug! Äh! Feuchtgebiete! Wusstest du? Jetzt weisch warum! Ja! Heels auf dem Chatski! Boah! Ich komm überhaupt nicht an euch ran! Äh! Gibt's auch gar keinen Windschatten, ne? Äh! Es gibt aber Aufholen! Hey! Mann! Ich bin Schotter! Nein! Ich bin Schotter! Hahaha! Mann! Ich bin Dritter! Hahaha! Das kommt davon, wenn man halt zu weit in fährt! Toll! Jetzt bin ich letzter! Hahaha! Alter! Was ist das für ein Rennen? Hahaha! Vor allem die engen Gassen hier! Bei Wasser nennt man das nicht Gassen, dann nennt man das Kanäle! Egal! Enge Gassen! Das ist ja gar kein Wasser zum Fahren! Ich jack's! Schnell einer volles Ziel! Komm! Gib Gas! Ja! Ja! Seit dem ersten Punkt! Erster! Hahaha! Ich hab easy Platz! Platz 3! Hahaha! Marcel, wo bist du? Kmasse! Vierter! Hahaha! Hä, da kommt er ja! Der Flyer ist ja noch schlechter gefahren! Der Flyer ist ja noch schlechter gefahren! Der Flyer ist ja noch schlechter gefahren! Wir hängen mit der Zeit! Ich glaub jetzt bei... 8 Minuten? Eher locker! 8 Minuten! Such mal ein Rennen aus! Ich bin... Alleine... Ich muss ja mitwählen, sonst... Hahaha! Lange bevor es cool war! Ist man mit solchen Autos rumgefahren! Hahaha! Wir sind Ford Hipster! Ich bin natürlich letzter! Ich bin natürlich letzter! Ist ok! Da gehör schon hin! Halt die Fresse! Hahaha! Ich hol auf! Niemals! Was da? Die sch... Die sch... Alle schubsen! Ah! Lol! Einfach verpasst! Ein Checkpoint wieder verpasst! Ist natürlich auch praktisch! Oh man! Die Autos die schleudern so rum! Das ist ja widerlich! Richtige Waschmaschine! Ja! Das ist ja wirklich widerlich! Auto! Oh mein Gott! Geht doch weg da! Die Windschatten! Jawoll! Gibt's Windschatten! Kennt das Auto sowas? Ist glaube ich nicht so gut Wind... Windschatten ist glaube ich hier nicht so cool! Oh mein Gott! Ja klar! Schluss mich! Alles ok! Masse! Was ist los? Masse hat grad Probleme! Ich hab den ganz akustisch nicht ganz so rüber! Ich hab den nicht verstanden! Ui wie ich mich hier drehe! Voll krass! Der kleine Pika-Arschloch! Ich drehe mich hier voll krass! Mann ey! Ich drehe mich auch gleich voll krass! Voll krass! Voll krass! Was? Ich drehe mich immer ein Dreieck! Au! Du Penner du Blöder! Sack mal nicht! Schönen bitte! Hat doch nicht gehört! Ich hab weitergefahren! Meine Scheiben waren oben! Das ist kaputt! Das kommt doch mal wenn ich schubsen will! Haben wir selber das Problem! Ich schubs gleich die Ecke lang! Die Autos sind totaler Müll! Dann ist gut! Die Autos sind totaler Müll! Das ist echt so! Das ist ja krass! Ich hab mir drei von den Wagen mal gekauft! Hintereinander! Aber nicht gleichzeitig! Mit denen konnte man früher Geld glitschen! Okay! Er hat einmal 80.000 gekriegt! Pro Auto! Okay! Also es hat sich nicht gelohnt! Er ist schon im Ziel! Deswegen weiß man, dass es so schlecht ist! Weil er nur die Autos sind! Hurra! Best of the rest! Yeah! Oh Väter! Juhuuu! Unglaublich! Was für ein ödes Rennen! Aber egal! Dann war es das mit dieser Folge für heute! Lass einen Daumen, einen Kommentar da! Und bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! We'll be right back. We'll be right back.